Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video zeige ich euch das neue Fortnite, was wir heute sozusagen freigeschaltet bekommen haben und zwar Nummer 58. Dieses Fortnite gucken wir uns mal direkt an. Ich habe hier einige neue bekommen, denn ich habe die letzten auch nicht hochgeladen, ich hatte einfach keine Zeit und ich wollte nicht auf Krampfen einfach ein Video hochladen. Zugänglich, indem du das Emote Traurige Posaune am nördlichen Ende von Snobby Shores einsetzt. Und das Ganze machen wir natürlich auch. Wir müssen jetzt nur noch das Emote mit Traurige Posaune sozusagen finden. Ja, wir müssen das Ganze nur noch mal finden. Ich suche es kurz raus und dann zeige ich euch das, welches das ist, damit wir auch auf jeden Fall dieses Emote auswählen können und dieses Fortnite sozusagen freischalten können. Ich habe es tatsächlich gefunden, es heißt zwar Traurige Posaune, aber das Ganze heißt Posaune Noob und ihr könnt es hier einfach freischalten. Posaune Noob, ganz einfaches Emote und dann sind wir auch mal direkt im Spiel, wie wir jumpen rein und ich zeige euch direkt, wo sich dieses Fortbyte befindet. Ja Leute, mittlerweile kennt man es ja nicht anders. Der Battle Bus fliegt immer richtig, richtig ekelhaft und nicht so, wie man selbst möchte. Nichtsdestotrotz sehen wir hier schon, ich fliege Richtung Snobby Shores und das wird sich rechts, ganz, ganz rechts von Snobby Shores befinden. Da, wo immer ein Haus war, das Haus wurde abgerissen oder ja, wurde zumindest besetzt und es ist nicht mehr vorhanden, es ist nicht mehr da und genau da müssen wir hin. Hier war ja ein richtiges Dorf mit so dieses, oder was heißt Dorf, hier war ein richtiges Designerhaus oder so eine Designergegend mit Villen und sowas und hier seht ihr schon, dass sich hier einige Leute eingemistet haben. Und genau hier bei dem rechten Haus, werdet ihr es hier sehen, hier unten ist schon das Fortbyte Nummer 58 und das schalten wir frei, indem wir die traurige Posaune nehmen und wenn wir das gemacht haben, seht ihr auch schon zugänglich, indem du das Posaune-Emote sozusagen benutzt. Wir haben das hier benutzt, ihr seht es schon und dann haben wir uns das ja auch direkt mal freigeschaltet. Das können wir auch direkt mal einsacken und haben dann dieses Ganze hier schon fertig. Ja, die kennen uns tatsächlich nicht richtig korrekt, aber wie gesagt, ganz ganz einfach hier zu finden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ihr da, lasst doch gerne mal ein Like, dann habt ihr auch ein Abo dalassen, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite, den ehrenhaftesten Creator-Code nicht vergessen, Matt10-8 und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.